Wenn du wirklich erfolgreich werden willst, baue deine Stärken aus. Wir leider machen den Fehler sehr oft, dass wir versuchen, unsere Schwächen auszubügeln. Das kennen wir von der Schule, wir haben irgendwie eine schlechte Note und die anderen sind ganz passabel und unsere Eltern reden die ganze Zeit von dieser einen Vier oder der einen Fünf, weil wir immer auf Mittelmaß getrimmt werden. Das ist aber nicht gut. Konzentrier dich viel mehr auf deine Stärken und versuche, die auszubauen. Denn dann kannst du der Beste werden überhaupt und du verschwendest deine Zeit nicht und wirst dann höchstens Mittelmaß in deinen Schwächen. Das führt zu nichts und das macht auch viel mehr Spaß.